Die Prinzessin ist auserwählt. Sie besitzt die Kraft, die Verheerung Ganon zu versiegeln. Es ist eine heilige Kraft, die durch Gebete erweckt wird. Das wurde mir immer wieder gesagt. Und trotzdem, meine Mutter, sie konnte diese Macht spüren. Meine Großmutter konnte sie hören. Die Stimmen der Geister. Ich hingegen spüre und höre nichts. Vater hat mir oft vorgeworfen, dass es meine Schuld ist, weil ich zu viel Zeit mit forschen verbringe. Aber, seit ich denken kann, verbringe ich jeden Tag Stunden mit Gebeten. Ich besuche heilige Orte wie diesen hier, einen nach dem anderen. Und doch hat sich die heilige Kraft nie in mir gezeigt. Bitte sag mir, was ist es, das mir fehlt?